Hallo! Ja, die Stimme kehrt langsam wieder zurück und ich kann es kaum erwarten, sie wieder zu benutzen, weil mir am Wochenende so viele Dinge bewusst geworden sind. Und die mag ich einfach gerne mit dir teilen, weil sie uns wieder ein Stück befreien können. Es kommt ja darauf an, wie sehr ich das aufnehme, was hier gesagt wird. Am Wochenende hatten wir tatsächlich vorgehabt, einfach nur ein entspanntes Wochenende zu verbringen. Wir wollten nicht wieder, dass alles ständig weinen und so viel in uns gelöst wird, sondern wir wollten wirklich nur mal zusammenkommen. Aber unsere Seelen haben ganz andere Pläne und das wurde uns dann ganz schnell offenbart. Wir hatten uns gerade in den Abendkreis gesetzt am Freitag. Wir waren gerade so, die meisten waren angekommen. Und kaum hatte ich mich gesetzt, schoss die Energie ein. Aber alter Schwede, sowas habe ich selten erlebt. Mir wurde richtig übel, das kenne ich gar nicht. Und dann ging es ganz schnell los und wir bekamen ganz viele Botschaften, die für, ja, die völlig unspektakulär waren, aber die nochmal daran erinnert haben, warum wir eigentlich hier sind und wie wir in eine direktere Kommunikation mit Gott treten können. nochmal, Gott ist nichts außerhalb, sondern Gott wohnt ja in uns, ist ja ein Teil von mir. Bin ja ich. Das bin ja ich. Ich in seiner Ausdehnung. Also ich bin seine Ausdehnung. Er hat mich erschaffen und ich habe dann versucht, was anderes aus mir zu machen, außer Liebe, Frieden, Freude. Ja. Und Glückseligkeit. Und deswegen ist es immer so lustig, wenn wir irgendwas sind außer Glückseligkeit, dann weiß ich, oh, ich habe wieder was Eigenes versucht. War eine komische Idee von mir. Und dann stelle ich mir die Frage, will ich weitermachen mit meinem eigenen oder will ich zurückkehren zu dem, was ich bin? Und Gott hat uns nochmal so richtig vor Augen geführt, dass wir ihn immer dann hören, wenn wir richtig in der Freude sind oder im Frieden oder ja, wenn wir uns genährt fühlen, dann spricht er mit uns. Und bei dem einen spricht er über Lieder. Wenn dir also Lieder einfallen, dann ist das seine Art, mit dir zu sprechen. Wenn du eher der visuelle Typ bist, dann werden dir vielleicht Sätze begegnen oder Menschen begegnen uns, die uns wichtige Sachen sagen. Das ist mir in der letzten Zeit nochmal sehr, sehr, sehr bewusst geworden, dass jeder Mensch ein Ausdruck Gottes ist und etwas für mich an Botschaft bereithält. Aber um diese Botschaft von meinem Mitmenschen hören zu können, bedarf es meiner Offenheit. Und da hatten wir eine ganz schöne Situation am Wochenende oder sogar zwei Begebenheiten, die uns das nochmal so richtig vor Augen geführt haben. Einmal wollte ich ein Getränk am Automaten ziehen, einen Kaffee mit Kakao. Habe mich auch gewundert über diese Auswahl, die ich da wollte. Habe das Geld eingeworfen, auf den Knopf gedrückt und dann schaute ich in aller Seelenruhe dabei zu, wie der Kakao aus dem Automaten strömte. Und ich war irgendwie in so einem Dauerhoch und in so einer Gelassenheit, dass ich relativ spät merkte, da fehlt was. Weil der Kakao lief halt in dieser Auffangschale, aber nicht in einen Becher, den ich hätte trinken können. Und dann habe ich mich ganz schön erschrocken und bin losgerannt, habe erstmal eine Taste besorgt, aber dann war der Kakao schon durch und es kam nur noch der Kaffee. Und dann habe ich Gott gefragt, was willst du mir sagen? Und er sagte, sag bitte gleich den anderen, wenn du dich wieder in die Runde setzt, dass ihr meine Gefäße seid. Ihr seid die Becher und meine Botschaft fließt die ganze Zeit. Aber wenn du dein Gefäß nicht, wenn du dich nicht als Gefäß zur Verfügung stellst, dann kann ich meine lieblichen Botschaften, das Süße, das dich glücklich machen, kann ich gar nicht zu dir bringen. Nur deine Offenheit, deine Gefäßigkeit, wenn man so will, ermöglicht das. Und es läuft die ganze Zeit. Aber wenn du deine Tasse nicht drunter stellst, wenn du dich nicht öffnest, kannst du es nicht empfangen und es läuft ins Leere. Und du bekommst die bitteren Noten ab und wirst dann behaupten, Gott ist bitter, Gott schmeckt bitter. Aber in Wahrheit hast du gar nicht die ganze Botschaft mitbekommen. Es fehlt dir ein Teil der Botschaft, damit du sie wirklich verstehen kannst. Und genauso ist das ja im Leben, wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen, ist das wie wenn wir den Kaffee schmecken, der bitter ist. Aber es ist immer auch Kakao dabei. Bei jeder schlechten Nachricht ist immer auch Kakao dabei. Aber nur wenn ich mich wirklich, wirklich, wirklich von meinen Konzepten löse und zuhöre oder mir zeigen lasse, was diese Botschaft eigentlich beinhaltet, dann verpasse ich halt diesen Kakaogeschmack. Ich verpasse das Süße. Das war ein Megabild. Das hat viel mit uns gemacht. Und das andere Bild, das habe ich ja schon geteilt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, weil dann vielleicht die Energie nochmal anders mitkommt. Also es war gerade dieser Freitagabend Anfangsrunde und ich bekam den Satz, dass wir Gott die Tür nicht wirklich aufmachen und ihn deshalb nicht hören können. Und zwei Sekunden später versucht jemand in den Raum zu kommen und wir stellen fest, wir haben die eine Tür komplett verrammelt mit Tischen. Und das war der Herbergswater, der versuchte reinzukommen und der nutzte dann die andere Tür, um uns zu sagen, dass die Haupttür der Herberge die ganze Zeit offen steht. Also es war phänomenal und hat uns so die Augen geöffnet, dass Gott uns wirklich hört und sofort antwortet und dass wir im Alltag aber gar nicht verstehen, dass er da gerade mit uns spricht. Man könnte ja auch sagen, ja gut, weil Zufall ist, der Herbergswater hat versucht reinzukommen. Ja, was ist denn daran jetzt spektakulär? Ja, aber wenn ich mir die ganze Situation anschaue, dann merke ich, dass ich vorher eine Aussage getroffen habe und im Außen ist das in Resonanz gegangen. Ich habe gesagt, wir haben Gott die Tür nicht aufgemacht. Wir haben was da vorgestellt und das ist unsere Angst vor ihm. Das ist die Angst vor diesem Moment, wenn er reinkommt und vielleicht doch nicht sagt, die Tür ist offen, sondern du kommst nicht rein. Du bist meiner nicht würdig. Diese Angst ist so enorm, dass wir Gott lieber draußen lassen. Dann bleibt immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht doch würdig sind, aber wir müssen uns nicht mit dieser Gewissheit konfrontieren. Kennst du das, wenn man so sein Leben lang sagt, ja, eines Tages werde ich mal. Ja, was wäre denn, wenn wir es jetzt machen würden? Zum Beispiel, ich habe immer gespürt, ich werde mal ein Buch schreiben und meine größte Angst ist aber, wenn ich es wirklich geschrieben habe und es wird nicht so erfolgreich, wie ich das mir immer in meinem Inneren vorgestellt habe, dann muss ich da, dann muss ich da ja ehrlich hingucken. So habe ich früher gedacht. Also schreibe ich lieber kein Buch, weil dann kann ich immer sagen, ja, ich glaube im Grunde schlummert eine Autorin in mir. Ja, und so machen wir das mit Gott auch. Also ja, Gott gibt es schon irgendwie so wahrscheinlich, ja. Aber ich lasse ihn mal lieber nicht ganz in mein Leben rein oder ich übergebe ihm mal lieber nicht mein ganzes Leben, weil was ist, wenn das nachher doch nicht so funktioniert, wie ich das dachte? Was, wenn er sagt, nee, also für dich habe ich kein Foto, für dich habe ich keinen guten Plan, für dich habe ich hier keinen Platz. Das ist ja eine Erfahrung, die wir oft gemacht haben als Mensch, dass es hier keinen Platz für uns gibt oder dass wir uns nicht dazugehörig fühlen. Und ja, das ist ja logisch, dass wir diese Erfahrung hier machen, weil wir hier auch gar nicht hingehören. Zumindest nicht so, wie wir die Welt betrachten. Das ist nicht unser Zuhause, unsere Betrachtungsweise. Deshalb ist es so wichtig, diese Betrachtungsweise Gott zurückzugeben und ihn gucken zu lassen, ihn zeigen zu lassen, durch seine Augen zu schauen. Wenn ich durch meine Augen schaue, sehe ich immer Mangel. Sehr oft sehe ich Mangel. Ja, das wollte ich mit dir teilen und die nächsten Tage kommt hier noch garantiert sehr viel Neues dazu. Es hat nämlich viel stattgefunden an inneren Prozessen und ja, ich habe das Gefühl, da kommt auch was Neues auf uns zu. Ja, richtig schön, ich mag ja Neues. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss!